Mein Name ist Thomas Bukowski, ich arbeite bei Bofrost, bin für Projektmanagement zuständig und leite ein großes PIM-Projekt. Man darf meinen Vortrag nicht verpassen, weil das Thema Change sehr wichtig ist. Veränderungen im Projekt und was macht es mit den Mitarbeitern? Das wird unheimlich oft vergessen und da geht es darum, sich in die Mitarbeiter reinzufühlen, reinzuversetzen und entsprechend auch mit Methoden und Tools das anzuwenden. Es ist meine erste Print Day und ich finde es ganz toll, mich mit den Leuten zu vernetzen, die Leute kennenzulernen. Es ist eine super Veranstaltung und es ist relativ viel Kompetenz an Bord und viele Händler und Consultants sind hier. Hier ist eine super Location, muss man dazu sagen. Sehr gut, sehr ansprechend und es ist ganz toll, auch mal wieder aus dem Corona-Thema rauszukommen und mal wirklich wieder Leute zu treffen und sich mit denen zu interagieren und sich auszutauschen. Das ist groß, ganz groß.